Moin ihr Lieben, da sind wir. Was machen wir? Wir bewerten jetzt die Rätseleier. Das heißt, wir gehen gemeinsam. Neben mir seht ihr Dr. Superalien und Busch, nämlich die beiden, die auch mitbewertet haben beim letzten Mal. Und wir schlagen uns jetzt durch die Rätseleier und wir fangen hier an mit dem ersten Ei in diesem Video heute. Und das ist das Ei von KiloAlpha. Los geht's. So, da geht's runter. Ja, ich habe es erkannt. Da ist nichts. Okay, doch nicht. Also, was gibt's hier zu tun? Herzlich willkommen. In der Spitze des Eis ist es gar keine Schatzkammer versteckt. Kannst du sie finden? Aber es gibt auch... Aber es gibt auch... Ach, es gibt acht. Nicht acht. Aber es gibt acht. Bisher wurden... So ein Schreibfehler kann ein ganz schönes Konzept bringen. Acht. Bisher wurde noch niemand wieder gesehen, der sich auf die Suche gemacht hat. Viel Spaß. Für den besten Spielspaß. Nachtsicht-Perk aus. Achso, ja, dann muss ich den noch ausmachen. Slash-Perk. Nachtsicht. Deaktivieren. So, und, äh, habt ihr hier Add schon oder soll ich euch Add geben noch? Ich habe schon Add. Und Alien auch, ja. Okay, perfekt. Bist du in der Tafer eingetragen? Perfekt. So. Okay, erst mal ein Labyrinth, ne? Haben wir ja schon gesehen. Ja, 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 ja. Aber ich kenne den Weg nicht mehr. Oh mein Gott. Oh, ich geh gerade wieder runter. Das war offensichtlich nicht der Weg. Ja, nee, Sackgasse. Und noch eine Sackgasse. Ich habe meine Maus zu schnell eingestellt. Ich drehe mich wie ein Verrückter. Ich mache den rechten, den rechten Weg, immer rechte Wand. Alles klar. Ja, das hätte ich auch machen sollen. Versuch's mal. Guck mal, wieso ist hier eine Quar... Ah, nee, das ist wahrscheinlich eine Außenwand hier. Deswegen ist da Quarz. Ut. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Ja, ich glaube das auch. Hey, Alien und ich sind einen Stock brocken. Ja, ja, ich bin ja gleich da, meine Güte. Guck mal wir haben hundert Dollar bekommen. Hier, ich hab was gefunden. Ich komm wieder höher. Ja, 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 Alien, da. Okay. Wenn du das bis hier geschafft hast du da bist du schon weit gekommen aber leider muss ich sagen dass du hier falsch bist das war wohl der falsche hebel wie das war der falsche hebel also ich bin schon der spinnenweben oh mein gott oben geht es irgendwo eine falle wenn man da wenn man da runter fällt kommt man hier wieder an ich glaube auch dass ich habe hier ein pve ist ausruhe moment nein nicht anmachen doch und stücks fleck pv aktiviert kommen wir mit hier da und hier rein ich will da nicht rein na komm rein na komm rein komm komm oh das tut weh ja das tut wirklich oha ja man kommt ja heile vorbei man muss ja nur sich mühe geben ich bin der löschen bild durch wieder durch ein bild durch bilder und die schießt auch über das hier sind zwei druckplatten oh mein gott ich trau mich erst mal nicht weil das andere bett kann man nicht das zweite bild kommt man nicht es geht weiter es geht sogar ordentlich weiter es geht hoch ich habe das gefunden ich glaube man fällt runter wenn man die falschen drückt der falsche hebel hier sind ganz viele hebel und knöpfe drückt einfach mal bild drauf rum ja da habe ich auch schon gemacht weil spenden dass ich halt und kaputt geht ja du bist runter gefallen ja war da mal wir müssen hier was reinlegen ja ja die frage ist nur was und wozu und warum ist jetzt die frage dürfen wir was aus unserem inventar nehmen oder nicht also hier auf jeden fall zwei der einen konkurrent in den anderen der nächsten spende aus wo 64 drin sind spenden damit 64 liefert ins signal von zwei das heißt wir müssen in den trichter so viel reinlegen dass es mindestens auch das signal von zwei erzeugt ich weiß jetzt gerade nicht wie viel das war ja ich sehe schon ich sehe da du bist einfach da runter gerannt oder was nein ich habe da oben sind die hebel da oben sind die hebel wie bist du an die rangekommen wieso sehe ich denn da gar keinen zugang ach hier hinten hier hinten da ist ein knopf also da war mal was und jetzt ist der boden weg ja ich habe den einen hebel wieder zurück umgelegt also hier wo schau mal hier fährt eindeutig ein trepp aus der wand wenn man ach ja cool ich schaue dir gleich zu sobald ich hier zwei minuten lang durch die spinnweben gefallen bin wieso bist du denn da auch da jetzt rein weil ich den hebel einmal zurück umgelegt habe und dann dummerweise habe ich einen schritt nach vorne gemacht und denselben hebel noch mal umgelegt ihr seid helden jetzt ist der boden zu ah ja ja oh mein gott das dauert ja ewig so endlich ich habe angst gibt doch bestimmt das ist einen neuen hebel da gibt es doch bestimmt irgendwo ein pass achso ich sollte mal meinen minecraft sound also noch haben damit ich mitbekommen wenn irgendwas passiert hier sind auch hebel an der wand aber wir können theoretisch nichts macht doch wir können was machen ja ja die haben aber alle schon geschaltet wie wild ok schmeiß ich hier mal wenn ich jetzt hier pfeile rein mache ich habe auch noch ein paar pfeile rein so ich habe auch noch ein paar pfeile ja eindeutig du hast eine menge pfeile in dir stecken ok wer wir haben genug wir haben hier kommen signale 5 4 dann drücken wir jetzt die knöpfe hier ist eine treppe ist jetzt rausgekommen ist die rausgekommen ja wir sind im schatzzimmer glückwunsch du hast die schatzkammer gefunden oh mein gott cool mit einem mini mit einem mini kilo einem mini äh 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 abge ja würde ich so sagen das könnte ein ist das ein das ist ein das ist ein capo della mafia hier glaube ich und das hier ist ein ist das ein pombeer oder ein ei ein pombeer sieht nämlich so ähnlich aus nee ich glaube es ist ein ei da hat es keine augen und so und eine originale husch 83 karte und da da ist draußen wir haben es geschafft sieben minuten und 30 ungefähr haben wir gebraucht mit begrüßung also knapp sieben minuten genau also wenn euch dieses ei von kilo alpha am meisten gefallen hat dann lasst doch einen like da und wenn ihr noch nicht abonniert habt dann ein abo genau denn ihr wisst wir werden die ganzen eier entsprechend prämieren am ende das heißt das hauptei oder das ei das die meisten likes unter dem video hat das wird am ende dann einen spawner gewinnen das heißt wenn ihr findet dass das ei super war gebt ein like und wenn das nächste auch super war dann gebt dem nächsten einfach auch ein like und dem übernächsten und dem überübernächsten vier eier haben wir insgesamt wo seid ihr denn alle ich will Schlussszene aufnehmen hier ja 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 nein jala lala lala das war eine gute Schlussszene oder das glaubst du nicht erst habt ihr euch jetzt deinen tpa nee das ist doch der superalien Ja, ich war schon wieder draußen Ja, ich wollte ja auch wieder raus Aber dann treffen wir uns halt drin Warte mal, wo ist die Grube, die Schlangengrube? Achso, hier nicht Hoch, hoch ist die, ja Wir müssen jetzt zu Busch irgendwie für die Schlussszene hier Ja, der hängt dann in den Spinnenwehen Ja, dann gehen wir dazu Uff, okay Wir hätten alle zeitgleich reinspringen müssen für die Schlussszene Okay, während wir hier durch die Spinnenweben nach unten sickern, uns aus dem Ei wieder zu befreien Wünschen wir euch einen schönen Abend Guckt euch das Video ruhig nochmal an, wenn ihr wollt Zeigt es euren Freunden, Familien, Verwandten Und wie gesagt, jedes Like hilft Kilo Alpha zu gewinnen Und wir freuen uns Euch in den nächsten Eiern wieder begrüßen zu dürfen Bis dann, haut rein 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 Vielen Dank.